Ok, hallo, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zum weiteren Part, Super Smash Bros für den N64. Letzten Part haben wir den Rest freigeschalten, haben wir den Lieblingscharakter Link genommen. Und jetzt ist, Droh, den Donut, ich bin, das ist ein Level von Super Mario Bros, und der beste Level, das es je gibt, mit ganzem Mehrspart. Dafür, Leben Egal, das war für mal, alle außerdem freigeschalten, z.B. Mario, Donkey Kong, Link, Komischo, Samus, Pikachu, Fox, Kirby und Yoshi. D, 4, 5, 6, 7, 7 Charakter, müssen wir auf normal schaffen, alle, bis auf die neue. Multi-Homor schon, aber wo man normal nicht braucht. Geht ein Feuerkommissbar nicht, von Milo Fani, der ist auch nicht. Was ich gesagt habe, ich habe Mario, Yoshi, Kirby, Fox, Pikachu und Samus wird normal, auch normal. Zeit egal, normal, auf alle Fälle. Wer nur ist, ich zählt gar nichts. Ich sehe auch überhaupt nicht. Vor allem normal. Nur normal, und fünf Leben. Also normalerweise, uns kostet 3, dann wird 2 und 1. Aber Leben ist egal. Okay, dann fangen wir mit Mario an. Mario! Und auch hier benutze ich Save-Dead, also Speichern. Okay? Was man wissen, über was weiß ich, ist es wichtig zu tun. Ich muss jetzt mal wieder gewohnen und andere Menschen spielen. Okay! Oh, jetzt wird du hier. 1, 2, 1, los! Auf, ich ziehe sie mich. Und, jawohl, abmarsch! Abmarsch! Und raus hier! Und, abmarsch! Am Ende! Nice! Okay, nicht zu früh fallen. Bevor die Körpies wieder kommen. Von Körpie zu der oben. Leider. Ist wirklich ein wichtiges Bücher. 3, 2, 1, los! Überstattung! Auf, du hast eine Aulderung. Auf, du hast eine Aulderung. Mit ein Aufwärtserung. Auf, du hast eine Aulderung. Pulsierer. Auf, du hast eine Aufwärtserung. Und, ich mache mir das mal wieder. Schöne hier, ich mache mich alles wieder! Und, ein Team ist erlaubt! Auf, du hast einen Aufwärtserung. Und CAM ist erhoert! Du umhörst ein und da Wie soll es denn noch Spaß, weiß ich. Ich soll auch noch sein, wenn ich eingehen muss. Oh Mario, ein eigener Kreuzzeugn. Warum geht die Zeit so schnell? Wahnsinn! Gegen Fox! Überspringen jetzt einmal! Geben wir hier! So Fox! Jetzt gehts der Druck! Immer ab Foxy! Und? Nur noch mehr! Nein! Nein! Und? Nein! 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 Abmach! Lecht mich doch! Aber ganz schnell! Ah! Hände! Die Sonne haut auch immer eher ab! Oh! Ich muss wissen! Tschöne ich bin jetzt! Ich weiß nicht ob sie dich kennt! Ohne Nerven! So auch dies! Haben wir schon gekauft, ne? Und? Da gibt es so viel zu... Nein! Viel zu Fleisch halt! Gibt es nicht! Außer für Matschka! Donut ich finde! Donut! 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 Wieso einfach Donut? Donut empfehlen! Und dann von den Besten! Mario! Mario! Und... Gibt so Optionen zum Freischalten! Du kannst T-Line mit Natural potter nehmen! Ja oh! D-Line, genau! Und ich bin in der Raschoreszen! Ja! Das ist sicher ein Kupfer! Und dem dealt ich wie nicht! Und die Option um zu gigantisch zu befinden! Und so! Freizeit! Aber wir brauchen sie nicht schmeißen! Boah, gut, Yoshi! Wo geht denn hier? Steh, du! Steh, du! Jawoll! Was ist das? So, was ist das? Da ansteht. Sieht schon. Donnie, Nervenladung, Frau hier immer! Immer! So, ja! No, Yoshi, du so! Pikachu, da! Nein, nicht mich! Was machst du? Ja, da kostet ein, aber ich habe keinen Sinn. Da war... Da ist er rum. Ah, perfekt! Heute habe ich mir einen Glückstag. Den Glückstag kann ich jeden Tag brauchen. Aber wirklich jeden Tag. Ich bin jetzt so seit einem Glück... mit Pikachu-Pummel-Leftin. Waren und Pummel-Leftin? Wow, du! Willst du? Oh, wie gut er ist der Freund zu sein? Huh? Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Wow, 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 wow! Und... Abmarsch! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Abkörp'i! Jetzt wieder... Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Hallo! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Drauzer noch eins Immer wieder Und Jawoll Mein Ausflip Komando Automobile Safe Ja Ja Aua Ab Ab Und Du Direkt So! Und? Happy! Woah, das ist vermeint, gell? Meint! Denach so! Und? Ja! Geil! Geil! Yeah! Ja, na 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 Entschuldigung Drei! Drei!一! Drei 외ch something Ja! Na, schmau, der ehlige Charaktor war, mach das so. Schwarz ist ein bisschen schmau. Okay. Und? Und nochmal, ne ne ne. Okay, auf der Kuh. Kilo ist hier. Aufmarsch. Nein, 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 nein. Bravverpüppchen. Oh, ich hab. Du sch... Dörter. Mein Pauzer. Mein Püppchen, ne? Meins. Alles gut, meins. Okay, wer quinkt? Mario oder Metal Mario? Ja, ha? Sentiment ist besser. Nein, nein, nein. Mit normalen Reherspieler, ne? Aber ich so auch Pech habe gehabt. Und ich einmal laufen müssen. Hey. Seit wann dies? Ich konnte nicht zwierfeln. Sag mal wie es mit meinem... Link war es vor mir. Wo ich von dem Freak habe... Also... Leider laut Nuss damals. Damals war es vor kurzem, was? Weil... Sonst hättest du nicht sehen können. Wir haben ein Nussflascher. Kikli! Danke, Kikli! Vielen Dank, Kikli! Danke! War sehr hilfreich. Weiter geht's. Wer macht ihr das Ziel? War mir klar? Und das Ziel erreiche ich? Naja. Bitte machen wir mal. Ja, das war Schocker. Nur mehr. Okay. Wow. Die Bombe möchte jetzt nicht unbedingt einlaufen. Ich werde sie nicht so gesund tun. Du wachst mir das Sonnenschlag schon tausend mal rüber. Ich war mit der Säge auch nicht einlaufen. Oh... Metal Gear... War cool zu Let's Play, oder? Oder was sucht ihr? Aber erst wenn ich mehr Abonnenten habe. Ich suche... Ich so... Ob sie mehr Abonnenten... Ob sie mehr Abonnenten... Ob sie mehr Let's Play's. Oh yeah! 3... 2... 1... 2... 2... 3... 3... 1... 3... 4... 4... 1... 1... 2... Was holst du, mein Fächer? Mein Fächer kenne dir nicht! Ist eigentlich so was für schlägt? Auch mal lustig, der hat ja auch Du hast mein Fächer klappt! Mein Fächer! Und mein Hammer! Geil! Auch mein Hammer! Oh, das war wirklich gut! Jetzt kommt man nicht wüsst, was denn los! Wo ist mein Fächer hier? Zur Weite! Die! Ja, Fox, es ist gut! Aufmarsch! Meine Feuerblume! Okay! Einmal! Ich mag kein Elektroshock! Ist ein bisschen gefährlich! Mein Poképop! Was macht man? Ja! Die Smokern! Ja! Die Smokern! Die Smokern! Ja! Ja! Die Pokémon kriegen ein bisschen aus! Wohl verkürzt erst noch! Echt! Und tschüss! Wohl verkürzt noch! Die erste Staffel! Schau da! Wo war denn mal nichts mehr gerade gekommen! Da habe ich schon heraus, was ich vergisst! Leider! Wow! Tomate! Erz! Und Pokémon! Super Chatpoint! Oh! Oh! Weißt du auch! Okay! Dann! Wir werden als nächster wahrscheinlich durchkommen, ne? Oder vielleicht ein Pikachu! Mal schauen! Oder ein Fox! Ich glaube nicht mehr Fox! Als ich da! Bibi bibi! Okay! Ja! Dann machen wir zwei Charakter! Nein! Nein! Wie gesagt! Bleiben wir bei One! Nur SPO Charakter! Ja! Außerdem sind wir mal richtig schnell! Und dann können wir schon von wieder aus 2! Alter! Behämmert! Und was soll denn das denn? Der armer Mario! Sein Bruder muss schon leiden! Und ich Körbis! Wo ich gar nicht leiden konnte! Und jetzt geht der Mario drauf! Das traut mich wohl zu wahrscheinlich! Yeah! Muah! Bye Bye! Na! Na! Komm mal na besser! Oh boah ist ich gut! Ich hoffe es ist auch normal gesteht! Hoho! Normalerweise schon! Ja genau! Normalerweise! 21.000! Speed King! 4.000! Und 4... 40.000! Smash Loose Bonus! Ich bin kein Lüse! Oh mein! 5.000! Okay! Geht eigentlich! Smash Loose! Ich kipp doch gleich Smash Loose! Ja! Ja! Wenn ich und mein Bruder es mehr Spaß wie Jus spielen! Dann geht es auch! Aber so richtig! Sobald ich meine TV-Karte mal hab! Geht es mal richtig los! Ehrlich! Dann habt ihr was zum Kommentieren! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Fass mich! Wenn ich und mein Bruder Geld drauf! Ich brauche es dann immer! Smash Attack ohne Ende! Wahnsinn! Und vor allem! Wenn einer von uns ein Huhn hat! Ja! Abhauen! Da gibt es ja Hüterschlag! Da fängt einer Huhn! Da hat der nächste Huhn! Das ist immer so geil! Ja! Nein! Minecraft Map Morale Wir waren vielleicht einmal Oooo Bisschen zu meins! Ich hab zwar schon mal mit Lust Aber im Sinne ist das Bei jedem Update Das Minecraft ist safe Dein Konflikt löst wird Keine Ahnung! Ah ja! Mit B kann man stoppen! Nanananananananananananananana! Shigeru Wie ein Motor! Mach doch gut! Aber die haben meine letzte Kinder! Nyeaah! Sie ist verpixelt! Dao 1 You are great! Ich weiß nicht was auf Deutsch Und schwere den Scheisspack um Dichs! Okay! Schauen wir schon mal! Mario und Kling Und wir sind zusammen Was ich jetzt nehmen! Ah! Schwierig schwierig! Eure Entscheidung Falls ihr überhaupt kommentiert Und sonst entscheide ich Falls ihr kommentiert auch das Willst ihr ihn nehmen? Yoshi Donkey Kong Kirby Fox Pikachu Oder Samus Ab in die Kommentare Und 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 Wenn sie nicht entscheidest Dann mach ich was auch nur Egal Ob du immer ganz lieb oder salopp macht Nein So ist es nicht führig Ich war noch mal Also Ich sag den Charakter Wie ich auch gesagt habe Samus Pikachu Fox Donkey Kong Happy Yoshi Schreibt es in die Kommentare Und wer den meisten Und wer den meisten Einen G'schirmhaufspiel genommen Den nehmen wir als nächster hier Ganz sicher Außer so keiner was von euch Muss leider los Wie immer Ja 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 Egal Eure Entscheidung Oder Eure Wenn nicht Dann ich Erseftet Wo Ja Wenn euch gefallen hat Ab und dir nicht vergisst Und Bitte Damen Hoch Lassen wir jetzt euch Wenn ihr mich unterstützen wollt Wo Und Ja Sehen wir uns beim nächsten Part Entschuldigung Ich bin auf den Tisch Ich geh immer wieder mal Ich bin auf den Tisch Ich bin bei uns Soll so Das Ding Kokosliß Na egal Alles klar Bis zum nächsten Mal Und tschau